Moi Leute, Trimers hier. Wir spielen nach langer Zeit mal wieder Valorant. Ich bin auf einem neuen Account. Rohat, Miki, Eli und Solution haben jemanden gebraucht für eine Bruch-Challenge in Valorant. Und die müsste irgendwie Back-to-Back oder so zweimal schaffen. Ich weiß nicht, warum die dann mit mir spielen wollen. In jedem Chat will ich jetzt hier nochmal einen Push sehen. In jedem Chat von uns. Ey Leute, pusht mal. Das greift man den ganzen Platin. Das greift man den ganzen Platin. Da ist Palon. Spike liegt doch drauf. Okay, wir haben Palon. Ja. Also die werden uns komplett geisteskrankt aus dem Leben folgen. Ja, Digga, weil wir im Lobby spielen, wo wir eine Schwingung haben. Die sind drei Platins. Das sind drei Platins. Hallo. Jungs, das war bei der ersten Runde. What the fuck. Erste Runde. Verpistel-Round. Sollen wir B? Sollen wir B? Wir haben die Uhrzeit. Ja, B. Sollen wir erst mal erste Runde. Das ist gut. Komm. Schnell, schnell, schnell. Ja, ich komme. Ja, ein Specter-Round. Gut für uns. Let's go. Alle Mitte, alle Mitte, alle Mitte im Tunnelgang. Alle Mitte im Tunnelgang. Easy. Ihr habt alle Infos, die ihr braucht. Aber wo du bist, ist keine Ellie. Das war scheiße, Micky. Er hat 90. Das war gut. Ich peke nicht. Ich peke nicht. Ich muss doch defuse noch. Ich gehe in den Tower. Er muss doch defuse. Das steht. Nein, nein. Ich gehe komplett weg. Ruhig, ruhig, ruhig. Er kann auch nichts über das Seil kommen, ne? Ich gehe in den Tower. Spät für das Seil, oder? Gehen. Okay, guck. Warte noch. Warte, warte, warte. Jetzt. Jetzt. Okay. Er ist safe. Hä? Was ist safe? Er savent die Pistol? Ja, Spektra, aber ohne Sinn. Nice. Nice. Okay, okay. Und das war eine Pistol auch gegen Spektra, Jungs. Das war Echo. Der Typ heißt, I love Eagles. Jungs, wohin? A? B? Na ja, B. Das können wir besser machen. Ja, B, B, Alter. Lass B, lass B, lass B. B, 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 B. Nö, das ist 105. Er hat mich mit einer Spektra. Ich glaube, das ist nicht. Das ist alles nicht. Das ist A gehen, oder? 4, 4. Das ist A gehen, oder? Ja, ich warte hier. Ja, genau. Unten ist auch einer gelaufen. Das ist A. Du hast nicht Steppen, oder? Doch, komm. Sprechen Sie fahren. Ach, Digga. Da waren drei. Ich glaube, einer war nach oben. Kammer. Heißt das Kammer? Ja, geht alle A. Ich komme von hinten A. Oh nein, die Raider. Ach, Mann! Jetzt haben wir ein Problem. Ein dickes Problem. Das Problem ist, ist Micky Ape so komisch. 10 Zap gesinnt, oder schaust, Eli? Weiß ich nicht. Ge, Eli. 5, 1, 4, 0. 10 seconds left. Save. Am Meter. Ja, Eko, Eko, Eko. Wir können die Sky nicht töten, ne? Alles cool bei euch? Aber du kannst es nächste Woche nicht kaufen, eh. Nächste Woche finde ich gut. Ich habe nichts gekauft, Jungs. Ich habe noch gesaved. Kein Sinn. Kein Sinn. Digga, es ist aber auch wirklich... Alles gut. 4, 3 steht es. Alles gut. Es hältst du noch, Riek. Oh, äh, bist du da rum? Was? Also, mehr geht nicht. Ich bin, glaube ich, auf meinem All-Time-Peak. Ah, der rohrt. Ich mutier von unten. Ich bin, glaube ich. Mann. Miki, du spielst Solo. Sag ich. Papi, Pexy macht eine Nuklear-Gang. Was? 3 Zapkiss, wenn du es schaffst. Go on, die nehmen wir. Das ist echt nice. Hast du sonst noch einen Hörer-Account, Miki? Jungs, lass mal A gehen, lass mal A gehen. Ja, okay. Ich smoke hier und hier. Und hier oben. Dann nimmt man den Spike, lass nicht mal Ult. Nein, also, wir hinten gehen. Nee, die kommen jede Runde. Dann habe ich einmal in der Runde. Ja, Digga, Jungs! Schieß doch mal die Sky-Ult ab! Nicht links. Anstatt weiter zu laufen. Jungs, ihr könnt doch durch. Ja, es brennt ihr doch. Ihr müsst mir Deckung geben. Gut, 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 gut. Ja, Jungs. Ihr könnt eine Krasse Deckung. Ja, ich war in der Ulti. Ich habe doch alles frei gemacht. Ja, aber ja, wir sind so gut. One enemy remaining. Hier ging ein. Spiel defensiv. Ihr seid alle One-Shot. Das ist der 6-1-Typ. Der fickt uns alle. Nee, der zum Zweiten. Das sind alle One-Shot. Ich nicht. Ja, stimmt. Einfach defensiv. Keine Waffen verlieren, Jungs. Max, du hast den Sterben. Nice. Schön, Max. Schöne Wache, ich glaube, wichtig. Kommt, Jungs, das können wir machen. Das können wir machen. Egal, das ist besser als das. 0,30. Ja, Mann, Digga, ich habe zweimal ausreden. Ich habe zweimal geplantet und zweimal gesaved. Du bist besser als das. Wir müssen schnell planten, dann haben die ein bisschen Stress. Gibt man noch mal Spike, ich planten, noch mal direkt. Aber ihr müsst mir Deckung geben. Ihr müsst mit mir reinrennen. Das wieder. Bicky, flag. Genau, Bicky. Ihr dürft nicht stehenbleiben. Ihr dürft nicht stehenbleiben. Ihr dürft nicht stehenbleiben. Wenn ich da alleine reinrenne, ich sterbe mich immer. Chill, chill, chill. Ich sag schon mal das Leben. Was ist das? Reiner ist bei mir. Okay, nochmal. Vor, vor, vor. Oben. Ihr holt uns kurz. Schöne Sache, schöne Uhr. Weiß ich nicht. Vor, 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 vor. Jetzt mitkommen. Jetzt mitkommen. Die Sky hat 80. Wo hat rechts gerufen? In der Ecke, in der Ecke. Auf der, komm, leg, leg. Zusammen spielen jetzt. Die Sky hat 80. Digga, was? Leg. Du kannst gegen die Wand schießen. Oh, cool. Oben, oben, Danny, oben. Er ist oben. Ich bin defensiv. Super, du schaffst das. Bisschen höher eben? Du hast ihn, du hast ihn, easy. Oh, Digga, die Runde ist viel zu wichtig. Ruhig. Super. Ja. Ist doch klar, dass er da runterfällt. 9-1 ist die Platin 3. Die fickt uns alle. Ich muss gegen sie gewinnen. Okay, Jungs, nicht anscheißen. Hier ist ein bisschen weak. Okay, vor, 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 vor. Warte, Rort, ich flash. Digger, waaah! Oh. Okay, wir müssen vor, Rort, macht dein Feuer. Und es wird rechts gerufen. Kein Sinn. Digga, sie ist die Beste. Ich schwöre, das ist eine Platenspielerin. Ist sie. Kannst du doch nachschauen. Geier 10 HP, bitte. So, die fickt es jetzt richtig schön. Eins gegen drei. Let's go. Nice. Wir müssen nicht gewinnen. Danny, sehr gut. Sehr gut, Danny. Sehr stark, der ja. Der spielt hier einen auf. Ich spiel einen auf und Genebel hab hier. Danny, wenn du jetzt ein richtiger King bist, kaufe ich mir auf die Waffe. Halte mich so in Erinnerung, Jungs. Gar nichts, glaub ich dir. Stinker. Ich kauf sie dir zum dritten Mal, Rohat. Rohat, du musst es dir einfach... Ich kauf dir unendlich Waffe, aber du musst es dir merken. Ist winnable hier, ist winnable. Ja, ich geh jetzt erstes. Ich geh jetzt erstes. Und jetzt vielleicht B. Noch ein? Jetzt rauf, jetzt rauf. Der Smart ist unser. Ich muss hier, ich muss hier. Der Smart ist doch unser. Hab ihn oben. Lass mich legen für Punkte und alles, jawoll. Ich guck oben. Ich hab nen dicken Flank. Guck oben, ich guck oben. Ich guck hier dort, ich guck hier dort. Wir kommen direkt aus Flank City. Also wirklich, ihr könnt alle die Schnauze halten. Wir machen hier ne Flawless-Runde gegen den Statenspieler. Ihr seid einfach... Ihr müsst einfach nur Konzentration. Weitermachen. Dann ist das Ding easy. Und ihr jammert hier rum. Und wenn wir jetzt so das A-Game von Miggi bekommen, dann sieht es hier sehr gut aus. Wieder A, wieder A, wieder A. Manche, die Ryder kommt immer rechts als erstes. Immer. Okay, ihr müsst gleich nur links die Tür gucken, okay? Nur links die Tür. Nur links die Tür, nur die Tür hier. Und nicht aufmachen, nicht aufmachen. Ne Idee. Come on, let's go. Okay, nice. Nice, nice, nice. Und einer kommt von hinten, Jungs. Jungs, bitte ruhig. Okay, Max? Ja, vier Stunden, vier Stunden, Max. Ich geh da nicht mehr. Schade, Max. Schade, nice. Okay, ist nicht nur schlimm. Wanne Eko, Jungs. Wanne Eko. Wanne Eko. Wanne Eko. Wanne Eko. Wanne Eko. Wir haben dick Cash, Jungs. Das soll jetzt erstmal alle von hier B gehen. Das ist doch mal geil. Ab sie. Direkt rauf mit Krawall. Jetzt mit Krawall rauf. Torben. Torben sind welche. Ich flash, flash. Ldowns. Jungs, sieh mit Deckung. Zwei im Tunnel, die muss ich beide haben. Man, da ist doch noch einer. Warum callt ihr das nicht? Neon hat nur noch 80. Jetzt ist es so schnell. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Es ist so schnell. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ruhe, Ruhe. Noch nicht. Last Player Stand. Minus Rainer 40. Ja, ja, also. Ruhig. Jungs, das müsste ich ganz anders spielen. Fuck, fuck, fuck. Das darf nicht passieren. Daddy zieht sich zurück. Will die Old machen. Dann verlieren wir. Och, Digger. Junge alle mal Zanebahn bitte. Zanebahn A. Zanebahn A. zu fucking gut er hat er hat 30 hp lassen sich nicht heilen ich bin defensiv sie wissen dass ich oben bin genauso ganz defensiv verstecken das ist ein scheiß alter topfrager ihr forzen sage ich letzte runde letzte runde also wenn wir hier holen dann haben wir jetzt hier nicht nur machen links rein 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 auf sie auf sie auf sie auf sie auf sie mit gebrühen mach du es du es ich brauchte eine feuer dingsam warte gibt den guten smoke wir können das wirklich holen ich brauche mehr von euch trotzdem ich bin automatisch b weil ich bin scheinbar verschieben verschieben wie gesagt ich brauche ich richtig wichtig ich komme jetzt negativ ich brauche ich jetzt ihr müsst dazukommen gut digga das gibt es doch nicht jetzt haben die waffen jetzt wirklich aufpassen gut wollen jetzt wirklich hier geht es die sind alle gut minus von mir im laufen hat das was also der digga jungs das gibt das ding ist ist nicht böse gemeint aber wir können nicht um das schwächste zu erfährt mit sechs treten auf die langstehenden das geht nicht ich habe jetzt noch oft da kommt niemand durch ich habe jetzt noch oft da kommt niemand durch richtig mags richtig 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 aber gut digga das war ja noch gegen alle er ist das hier bei mir erwin erwin verschiebt verschiebt die kommen alle kommen alle ja alle ja weil seine mutter anschaffen geben in einem zahn dem tot kann ich das nur unterschreiben was du schon sagt also rohan spielt da mit der shorty digga shorty er holt sich die shorty wirklich ich glaube ich spiele jetzt mal einfach eine runde mit dem controller Eli hat noch nie mit dem Operator getroffen Eli ist safe Bro, save bitte, bitte save Runa ist lost kannst du dich doch die Runde holen nein natürlich hat einer Operator, fick die doch völlig delusional, völlig delusional delusional ja jetzt vorbei ihr dürft euch nicht gegenseitig anmachen, das ist wichtig es steht 8-8 wir dürfen nur Micky anmachen höchstens nur Micky nicht gegenseitig euch anmachen nice die Operator verloren nice die Operator verloren nice nice ok niemand macht sich jetzt gegenseitig an jeder sagt etwas Nettes zu den anderen Micky, du bist ein Bastard Eli hat einfach seine Operator verloren einfach so, er hat sich einfach aufgegeben Eli, ich liebe deinen Reichtum ich liebe deinen Reichtum Eli, ich finde du spielst die Runde sehr gut sehr nice, ehrlich es steht 8-8 Jungs das ist der Back-to-Back, bitte ruhig ruhig sagt wo raus leicht top wir sind alle 4, 4, 4, hier, 4, hier wir sind immer zu fünft ich kann das nicht ich kann das ich ist das Geistes los, Hilfe hier Rohath wird jetzt so unnormal gefickt gleich oh, sauber was the fuck das ist gar nicht so Mann, Digga ich komm da nicht ich werd von überall angeschossen Spike planted er macht das, lass ihn Digga, waren wir solid ich geh jetzt auf B mir reicht's nein, Max, bitte bitte, bitte alle nochmal konzentrieren 9-8 äh, Sky ist One-Shot glaub ich Hall-Eyes und Micky B Jungs, ich bin im Sandwich, Bruder ich kann nirgends wohin hinten rechts von dir Micky also Micky ist aus dem Boden los also Micky ist aus dem Boden los ruhig ach Jungs, die sind halt Stinker ich sind alle Stinker Stinker, scheiß Stinker sind sie ich bin Topfrager stinkst du mal ich war heute jetzt zu lange, um euch alles zu erklären Jungs, 10-9, 10-9 10-8 bin ich hier Topfrager, aber das ist nicht auch SGA SGA sag wo tot Spike um hier, Spike um hier Spike down A 70 was hat's noch wo, rede mit A-Haven, A-Haven, A-Haven oben A-Haven, A-Haven, A-Haven mit Bommeln ich bin rausgetannt oh mein Gott du lebst noch halt deine Fresse ist so dead, Digga man Digga, 140 minus 140 wir sind auf Arbeitsplik die eine ist One-Shot das ist gecursed 10 ist durch nein, nein, nein die eine ist One-Shot du musst nur Vayner holen, die andere hat 10 Leben du schaffst das, du schaffst das ich hab sie einfach getötet, scheiß auf mich Nice, Big Sprags Big Sprags noch ein Jungs, die sind zu 4 die ist minus 40 die Rayner genau da auch ich pushen am besten weil wir verteidigen Jungs, chillt bitte wo sind die Idioten ja die gehen auf A weil da keiner von A mach schnell, mach schnell wo die Wendung lauf Meter, komm zusammen rauf One enemy remaining Wichtig, geh rauf geh rauf geh rauf Elido auch Elido auch zusammen rauf, alle jetzt mach die Wall kaputt, mach die Wall kaputt Steht auch oben oben minus 62 defuse boah ist das richtig okay huge also ich hatte die kompletten Impact Tracks der Runde Eli, ich glaube jetzt an dein Comeback ich glaube jetzt an dein Comeback ja das Comeback jetzt, Elido und wir haben die Runde gewonnen von hinten 3 noch von hinten 2 noch Danny oh her bin, oh her bin, oh her bin du musst verschieben Bro ich hab B aufgepasst halt jetzt dein Maul wirklich durch 3 sind durch Spike down A One enemy remaining 2-1 macht zusammen, macht zusammen Last player standing Oh nein Spike ist bei dir, Spike bei dir Spie Spike Warte nur, warte, warte nur Ruhig Ja, macht sich der Wert Ich hab 4 Kills die Runde gemacht Wollt ihr mir alle einen blasen oder was? Ich kann das, ich hab die komplett ich hab das ganze Gegner-Team getötet und keine Waffen mehr Eingeholt 99 auf, 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 auf Leon 100 auf Leon Spike planted, one enemy remaining Minus 110 Minus 110 2 gegen 1 2 gegen 1 Ja, ihr habt's, ihr habt's, ihr habt's, ihr habt's Was sind das für Spieler, Mann? Platin-Spieler, Digi Was ist los bei dir? Die Reiner, was ist, was ist es? Ich hab' die 2 gegen 1 Zwei gegen 1 Max, bitte! Richtig, runter Richtig, runter Richtig, runter Ah, sie ist die größte Guckst du dir an die Aced uns Fickt mich Fickt mich Fickt mich bitte, bitte Okay Und Max ist weg Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hätte jetzt noch einen Immo-Account für euch, wenn ihr noch geilere Gegner haben wollt.